Yo, hallo Leute, hier sind wir wieder bei Mario Kart mit dem geilen Bowser! Yo, ich hab mir mal gedacht, komm, den schlimmen Finger, den müssen wir auch mal raushauen. Oh mein Gott, ich hab noch nie mit dem gespielt. Ich kenne also seine Bike-Fahr-Eigenschaften überhaupt nicht. Aber es wird eine sehr interessante Sache, glaube ich. Denn Bowser... Oh yeah, Bowser, Leute. I'm the Bowser of the King! I'm King Bowser! Oh mein Gott, der ist so fucking schwerfällig, habe ich im Gefühl. Ich frage mich, ob der gute Speed-Werte hat. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich kein einziges außerdem... Das glaube ich nicht. That really, really wants me verarsche. Because no, das ist ja, das ist ja der biggest shit ever. Na, ja natürlich, natürlich. Als, als ob ich nicht schon genug gebeutet wäre. Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Komm, mach mal mehr. Komm, mach noch mehr. Hau am besten noch alle. Hau alle anderen auch noch tot. Los, komm schon. Jetzt bin ich fünft. Ja, komm. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp, Alter. So, okay, ich bin dritter. Das geht noch. Dritter geht noch. Und dritter. Yay. Bowser, du hast es drauf. Dein Bowser-Wike übersteigt. All meine Vorstellungen, die ich jemals hatte vom Leben. Sehr gut, Bowser. So muss das sein. Du bist der neue Master of Disaster. Ihm der Pasta von The Pasta. So, Creepypasta. Creepypasta. Kennt er das mit den Creepypastas, yo? So, ja, da kommt noch mal der Blitz. Interessiert uns natürlich recht wenig, was der Bowser da macht. Aber okay. So, komm schon. Gib mir die Punkte. Gib mir die Punkte. Zeig mir, wie viele Punkte ich erreicht habe in diesem Rennen. Oh, großartig. Ich habe 61 Punkte erreicht. Das ist doch mal geil. Alter, fahren da gute Leute mit. Jetzt hole ich mir die 8000. Komm. Das gefällt mir, Leute. Marios Rennpiste gefällt mir sehr gut. Oh mein Gott. Und es haben drei Leute geläftet, so wie ich es mitbekommen habe. Ab eben waren wir 11. Jetzt sind wir nur noch 8. Das haben also einige Leute sich wahrscheinlich gedacht. What the fuck is going on in this shit room? Und so. And so on. And so. What the fuck is going on, you fucker? Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Leute. Ich musste gerade aber diese... Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Hau ab. Ja. Diese Totally Aggression ist gerade in mir hochgekommen. So, wir sind aber Bowser. Und wir haben einen... Ach du Scheiße, Alter. Was war das denn für ein Manöver? Aber wir haben einen Totally... Ja, sauber. Wir haben ein Bowser-Bike. Und genau aus dem Grund sind wir die Kings im Laden hier. Von Westfalen hangelang. So, jetzt darf nur bitte kein... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kommt der denn her? Nein! Da wollte ich gerade drücken. Da wollte ich gerade drücken. Und dieser Chris, dieser komische australische Cheater. Ja! Come on. Yeah! No! No! Das glaube ich nicht, Leute. Nein! Nein! Abel Hans! Nein! Nein! Tochi! Tochi, bist du Tochi? Komm her, Tochi! Ich bin acht... Ich bin letzt... WTF? Ich bin letzter. Okay. Das kann ich nicht sauber. Das glaube ich nicht! Nö, ich fahre rein! Tochi! Tochi! Nein! Wie dumm! Wie dumm! Boah, Leute. Ich war so dumm. Ich war so dumm. Ja! 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 Nice! Okay. So, jetzt ist Zeit zum Aufholen. Boah, fuck your heart, Alter. Ja, komm, 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 komm. Gib mir. Ja. Komm, komm. Ah! Fünfter! Fuck, Alter! Nein! Das ist ziemlich kacke. Um es auf gut... Minus 23! Tochi! Tochi! Warum bist du vor mir, Tochi? Das gibt's doch nicht. Und Robert Jan! Mega, Luigi, Alter. Dich werde ich kriegen! So, ihr Limettenbrötchen, jetzt ist Zeit, um Punkte aufzuholen. Wir sind mittlerweile nur noch sechs Leute. Warum wir nur noch sechs Leute sind, ist eine gute Frage. Aber anscheinend hat der Rest keinen Bock mehr. Naja, also, ich hab auch überlegt, ob ich den Raum lässt, als ich gesehen hab, dass wir nur noch sechs sind. Aber dann hab ich mir folgendes gedacht. Wir sind sechs verdammt, naja, verdammt hochkarätige Leute eigentlich. Da viele, viele... Also, ich glaub, ich bin der zweitschlechteste momentan. Und das ist gut, um Punkte zu machen, falls ich denn auf vordere Ränge komme. Und das trau ich mir sogar noch zu, den ein oder anderen vorderen Rang hier noch abzuholen. Deswegen machen wir das einfach ganz easy. Und versuchen, die Items nicht mitzunehmen. Ganz wichtig, Items nicht mitnehmen. Ja, sauber, Item mitgenommen. Boah, nice. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Und das natürlich noch besserer mit dem Power... Das gibt's nicht! Wo kommst du her, Robert Jan, Alter? Robert Jan! Hm, du verdammter PewDiePie aus Kasachstan. Boah, Alter. So. Boah, Alter, wirklich? Boah, ist das eine Schlacht. Boah, ist das eine Schlacht... Boah, ist das eine Schlacht, Alter? Was geht denn bei euch? Kommt er noch klar mit dem Leben? Boah, Alter. Und der Bowser die ganze Zeit... Boah! Ja, toll, da kann ich nix machen. Boah, es sind alle wirklich so dicht beieinander. Boah, das ist doch die Verarsche schlechthin. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch wirklich die Verarsche schlechthin. Das ist doch die Verarsche schlechthin. Der UDSSR-Gülp, ja. Sind Leute aus dem Team TT wieder dabei, obwohl ich gesagt habe, ich will nicht, dass die joinen, wenn ich aufnehme, aber egal. Das ist doch die Verarsche schlechthin, ich bekomme zu viel, ich bekomme zu viel, ja null, ja null, ja null, ich wusste nicht, dass es geht, ich hab null, ich hab null erreicht, nice, ich hab null. Boah, ich hatte noch nie plus null, nice. Ja, aber das hat den schon wieder, weißt du, schon wieder die Kackstrecke hier. Da hab ich schon wieder so überhaupt gar keine Lust drauf, ne. Ich glaub, der UDSSR-Gülp, ich glaub, das ist der Umbro. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn das der Umbro ist, weil das ist der einzige, der meinen Freundescode hat, wenn er gejoint hat, dann, äh, muss ich ihn auf jeden Fall mal entfernen von der Freundesliste, ne. Umbro, gibt's nicht joinen, während ich hier aufnehme, dafür sind, sind die, die Rennen, die wir im Stream dann mit Abonnenten machen oder so da, dass da Leute joinen können oder so. Aber nicht diese hier. So, weee. Oh mein Gott. Come on. Ja. Kannst mich mal, Johnny. Guck mal, kannst den nehmen, ne. Ah, willst lieber den in der Kurve haben, ne. Er hat die geduld, er hat die. Ne, er war ein anderer, oder? Ey, warum sind die denn so schnell? Wollen die mich eigentlich verarschen? Ich hab mit dem Stern am Anfang und so. Ja, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Dankeschön, ihr seid solche Spackos wie da, das regt mich schon wieder richtig auf. Ja, hast du gedacht, ne. Ey, das gibt's doch nicht. Wie fucking gut sind die denn? Ja, sauber. Boah, du bist so... Alter! Guckt euch das doch mal an. Boah, das ist doch voll krank. Boah, alter Umbro, du bist so ein Spackhund, ne. Unfassbar, unfassbar. Unfassbar. Ja, immerhin Dritter, ey. Boah, regen die mich auf. Ist dat ne Kackgruppe, alter. Mein Gott. Ja, plus 36, das geht ja immerhin noch. Ey, aber trotzdem, das geht doch gar nicht. Jo, sauber, das ist die Strecke, die ich mir ausgesucht hatte, weil die absolut vom Glück beherrscht wird, diese Strecke. Hab ich gedacht, suche ich mir die mal aus. Und da ich ja gerade in der Runde hier, äh, bei mit den Leuten immer recht weit hinten hänge. Boah. Alter, jetzt ist mega gute Action hier für euch. Ja, alter, warum sind die viel schneller? Das ist doch unfassbar. Du! Wer war das, alter? Wer war das? Wer war das? Hm. Boah, ich krieg schon wieder so Aggression. Das Spiel ist so scheiße. Guckt ihr das mal an? Das ist so scheiße einfach. Na, genau. Ey, ich kann heulen. Guck mal. Man hat einfach keine Chance. So, komm, komm, komm. Nee! Nee, alter! Ich hör auf mit meinem Job. Ich geh. Nee, nee, nee. Das ist... Nee, alter. Fuck you! So, dermaßen hart, alter. Hm, findest du es gut oder was? Findest du es jetzt lustig, das Spiel oder was? Findest du es jetzt echt lustig? Kriegst du mich mal dermaßen am Arsch?